Die Initiative Tier- und Menschenversuchsverbot will Tierversuche in der Schweiz verbieten. Auch der Import von Produkten, die mit Tierversuchen entwickelt wurden, soll verboten werden. Hingegen soll die tierversuchsfreie Forschung gefördert werden. Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab. Ein Verbot von Tierversuchen habe massive Nachteile für die Schweiz. Menschen und Tiere hätten keinen Zugang mehr zu neuen medizinischen Therapien. Forschung und Entwicklung würden sehr stark eingeschränkt. Worum geht es im Detail? In der Schweiz gibt es strenge gesetzliche Regeln für Tierversuche mit klaren Auflagen zur Belastung und Anzahl der Versuchstiere. Ein Tierversuch wird nur bewilligt, wenn es dazu keine Alternativen gibt. Der Nutzen der Versuche muss klar sein. So werden zum Beispiel Tierversuche für Kosmetikprodukte nicht bewilligt. Strenge Vorschriften gelten auch für die Forschung an Menschen. Für das Initiativkomitee gehen die heutigen Gesetze nicht weit genug. Experimente mit nicht zustimmungsfähigen Tieren oder Menschen seien unentschuldbar. Die Initiative fordert deshalb ein totales Verbot. Zudem dürften neue Produkte wie zum Beispiel Medikamente, Impfstoffe oder auch Chemikalien, die im Ausland mit Tierversuchen entwickelt wurden, nicht mehr importiert werden. Bereits bestehende Produkte dürften auf dem Markt bleiben, sofern für sie keine Tierversuche mehr gemacht werden. Das Komitee sieht Alternativen zur Forschung mit Tierversuchen, zum Beispiel Computersimulationen oder die Forschung mit Operationsabfällen. Die tierversuchsfreie Forschung soll die gleiche staatliche Unterstützung erhalten wie die heutige Forschung. Die Initiative erlaubt unter bestimmten Bedingungen, neue Substanzen einzusetzen. Die Anwendung müsse aber im Interesse der betroffenen Menschen und Tiere liegen, erfolgversprechend sein sowie kontrolliert und vorsichtig vollzogen werden. Die Initiative könnte einschneidende Konsequenzen haben. Sehr viele Medikamente könnten weder in der Schweiz hergestellt noch aus dem Ausland importiert werden. Zudem würde die medizinische Forschung für die Entwicklung von Medikamenten stark eingeschränkt. In vielen Fällen sind dafür Tierversuche unumgänglich, etwa zur Behandlung von Krebs. Laut Initiativkomitee beweisen zahlreiche Studien, dass weder ein Tier noch ein Mensch verlässliche Vorhersagen für ein anderes Lebewesen liefern kann. Die Zahl der Tierversuche stagniere trotzdem seit 25 Jahren auf über 500'000 Tieropfern im Jahr, obwohl es heute genügend alternative Ansätze in der Forschung gäbe. Die Förderung neuer Methoden würde einen Quantensprung in Forschung und Medizin sowie in menschlicher Reife ermöglichen. Innovative Unternehmen würden zudem von wachsender Nachfrage profitieren. Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab. Der Bundesrat fördere bereits heute die tierversuchsfreie Forschung. Ein totales Verbot von Tierversuchen gehe aber zu weit. Das Land wäre vom weltweiten medizinischen Fortschritt abgeschnitten, mit schwerwiegenden Folgen für die Gesundheit von Mensch und Tier. Zudem wäre ein totales Tierversuchsverbot verheerend für den Wirtschafts- und Bildungsstandort. Zahlreiche Firmen und Forschungsprogramme würden abwandern und Arbeitsplätze würden verloren gehen. Aus diesen Gründen empfehlen Bundesrat und Parlament ein Nein zur Initiative.